wir machen jetzt ein best auf wir machen kein best auf weil ich meine schwester machen drei runden wer mehr punkt hat gewinnt aber wenn einer one shot ist dann darf der andere nicht angreifen wir müssen nicht bis zu zweiter platz warten auch wenn ich du schon sind dürfen wir uns können aber dann muss ich schon halten ok leute wir sehen uns das war bei deinem roll aus die warte ich lasse ich jetzt den hier nehmen leute die hat angst vor fliegen schöner dynamike wechsel brawler na gut ich wechsle auch einmal brawler auf ehre leute auf ehre ich nehme den hier ok geh doch da hinsetzen vor der guck nicht auf mein tablet auf mein tablet kostet mit minus ein minuspunkt ich gebe dir gar keine tipps siehst du gleich wenn ich wir sehen uns wenn sie gestorben ist bis gleich leute wir sind wieder da wie nice ok leute das hat nicht gezielt leute wenn man von einem anderen bot gekillt wird zählt das nicht sagen wir einfach man hör doch auf du nervst ok leute ich glaube sie wird sich schon denken dass ich den nehmen bei dir du zeigst mir fast alle deine broder ja zeig sie mir nicht ich habe gesagt fast ich hab's nicht genau gesehen rosa die kann ja gar nicht sein dieser rosa sie auch nicht umsonst 8 super blätschiger habe ich nicht gesehen nein 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 ich werde ganz sicher nicht nein hast du wirklich den scheiß boxe genommen doch wir dürfen uns jetzt schon wie ich dir gesagt habe keine tiva loops ich hasse die mann aha da Ey, lass mich. Es reicht mir. Nein, das reicht mir ganz sicher. Es reicht nicht. Oh, das reicht mir wirklich nicht. Komm. Du warst schon als Liebchen. Ey, Fadja, können wir noch diesen Deiner mal killen? Ja. Es ist ein El Primo. Fadja, bitte. Hilf mir. Aber, ey. Nein, ran. Mom. Leute, wir sehen uns einfach mal direkt, wenn wir beide jetzt wieder zweiter Platz sind. Also, wenn wir alleine sind. Bis gleich. Ah, Leute, nochmal. Ja, ich wollte es nochmal sagen. Sie darf all ihre Bruder zweimal benutzen, aber ich nur einmal. Und, okay, wir sehen uns dann mal wieder, wenn ich zweiter Platz bin. Also, wenn ich mit ihr zweiter Platz bin. Bis gleich. Leute, ich möchte nur nochmal sagen, es funktioniert nicht. Meine Schwester ist so schlecht. Deswegen sagen wir einfach immer, wenn wir uns sehen, dann können wir uns direkt killen. Leute, ich nehme jetzt einfach mal einen Brawler. Okay. Ich habe schon. Okay, jetzt. Wir dürfen uns direkt killen. Wir dürfen nicht auf Gegner warten. Wir dürfen nicht bis zu zweiter Platz warten. Wir killen uns einfach direkt, wenn wir uns sehen. Und auch nicht in der Mitte. Und auch nicht in der Mitte. Und dann besprechen. Oder also, wir müssen uns sehen. Ja, mach bereit. Ich nehme noch den kurzen Runden. Leute, wir machen jetzt drei Runden. Von dir, wenn man auch von Bots gekillt wird, das zählt. Ja. Oh mein Gott, Leute. Das wird jetzt so ein spannendes Spiel. Auch wenn man von Bots gekillt wird, ne? Haben wir Pech gehabt einfach. Okay, mach bereit. Ja. So, Leute. Jetzt machen wir ein ernstes Game. Ich werde mich bemerken, wenn ich Kinder mehr habe. Halt die Fresse, Brooke. Äh, auch ein Brooke. Lol, ich dachte, du wärst Brooke. Bro, auch, Brock, Brock, Brock. Hast du deine Mike? Nein. Vielleicht. Hast du gerade gesehen, ich habe jemand gekillt. Hab ich nicht. Ah, Pech. Egal. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ich habe einer der heftigsten Ultis im Spiel. Shelley? Nein. Vielleicht. Okay, es ist vielleicht deine Mike, muss ich schon sagen. Aber auch vielleicht Shelley. Gut. Ich habe wieder jemanden gekillt. Erster Punkt geht an mich. Okay, den hattest du. Guck mal selber. Erster Punkt geht an dich, ne? Ja, aber ratet mal, wer ich bin. Dann Mike oder Shelley. Einer der stärksten Ultis im Spiel. Dann ist Shelley. Richtig, weil du mir zuguckst. Nein, ich habe, bevor ich... Aha, ja, 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 aha. Leute, ich kenne mich mal ganz gut. Nach, sehen wir uns direkt in der nächsten Runde. Bis... Also, weil ich... Leute, okay, erster Punkt geht es also an mich. Leute, sorry, dass ich das jetzt nicht einblenden kann. Ja. 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 Du hast geguckt, wer ich bin. Ich hab... Nicht... Man von dir ist der Beste auf Pfeif. Na gut, guck bei mir auch. Ich hab's schon gesehen, Karl. Leute, geh wieder auf mein... Geh wieder bei meinem Schreibtisch. Du bist so ehrelos. Warum guckst du? Leute, die kommt extra genau neben mir, um zu gucken, wer ich bin. Ich verreckt halt. Ja, da freue ich mich, wenn du gerade verreckst. Gegen wen denn? Gegen einen Noob? Verdier... Verdier auch, wenn man One-Shot ist. 1, 1. Leute, kill dich mal. Ja, kill. Lass dich killen. Kill ihn nicht. Okay. Leute, wir sind das dann mal direkt, wenn ich ihn in der nächsten Runde bin. Bis gleich. Leute, die hat Barley gelaufen. Nein! Ich geb dir mal einen Tipp. Kein Nieder und kein Barley. Ist das ein Drecksack? Hm. Keine Ahnung. Wer ist der Scheißboxer? Scheißboxer? Da ist grad ein Scheißboxer. Ich weiß, in der Mitte. Nein. Äh, ist das ein Box 2? 2? 2? Keine Ahnung. Ich hab nicht mal auf... auf ihn geguckt, Leute. Es, du bist Bro... Ich hab gewonnen. Ja gut, komm Leute, auf Ehre. Wir sagen einfach mal, es steht immer noch 1-1. Und wir machen dann noch eine Runde. Und ich lass mich erstmal killen. Bis... Bis gleich. Leute, wir haben jetzt... Leute, wir haben jetzt nochmal besprochen. Beim Bots killen zählt das nicht. Irgendwas ist wirklich unfair. Okay, Leute, wir sehen uns dann einfach mal gleich in der nächsten Runde. Bis gleich... Den darfst du nicht mehr, ne? Das stimmt. Den hab ich gar nicht gespielt. Ja? Nein! Ich hab Jessie... Ah, hallo. Tschüss. Tschüss. Ah! Ich werde auseinandergenommen. Ich nicht. Im Moment ist noch alles... Hu... Ah! Ich hab diese Bots heutzutage. Äh! Hast du Spaß? Ich bin tot. Leute, wir sehen uns einfach mal direkt in der nächsten Runde. Leute, wir machen jetzt die letzte Runde auch... Ab jetzt zählt auch, wenn wir jetzt vom Boss gekillt werden. Und der Verlierer, Leute... Der Verlierer... Ihr wisst nicht, was Bitteres der Verlierer machen muss. Wir haben das gerade erst besprochen. Ja. Der Verlierer muss dem anderen... 1 Euro geben. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Ach, nö, ich will mein Spargel. Spargel? Ja. Was sag ich? Ich will mein Spargel. Ah, so, fuck. Geiler Schein. Ist wirklich so? Ja. Okay. Ey, bei mir passt das gerade gar nicht. Weißt du, warum? Du hast gerade gesehen, wenn ich von euch habe. Und er passt gar nicht bei dieser Messe. Ich bin das nicht. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein Mann. Und er kann sehr weit schießen. Ah, 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 warte, warte, warte. Brut? Okay, er schießt schon ein bisschen so wie Frank. Aber er schießt ein bisschen weiter als Frank. Aber er... Ja, meine... Rika? Ah, guck mal nach oben links. Guck mal, immer nach oben links. Wenn da jemand gekillt wird. Ah, nice. Da liegen jetzt zwei Cubes in der Zone. Leute, keine Ahnung, warum ich die einsammel, aber mir sch... Oh mein Gott, die... Scheiß Boxer. Das ist Poco, ne? Woher weißt du das? Halbzeit auch. Was? Ja! Wo bleiben meine... Ein Euro? Ähm... Ivo, nein! Das ist... Was zählt? Wir haben gesagt, auch wenn wir vom Bots gekillt werden, in der letzten... Ja, okay. Da... Spargel. Spiegel. Leute, das war's nochmal für die Folge. Ciao. Leute!